Hallo Leute, willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Euer Praise ist wieder am Schlüssel mit einem COD-Video. Wir machen hier ein 1v1 auf einer randomen Map. Wir sehen uns gleich in der Runde. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Wie heißt hier ein 1v1? Sniper. So eine kleine Map. Okay, hallo. Okay, sorry. Was warst du da komplett? Hä? Oh mein Gott, kommt der orientiert los. Was war das, Junge? Das war ein Tisch, ne? Das war alles. Dieser Tisch. Ah, Mann. Gibt's doch nicht. Meine Hand tut weh. Machst du das auch so bei euch aus, Alter. Das ist okay. Wir haben es verstanden. Das ist okay. Wir haben es verstanden. Nein. Ja, ich hab's immer am links gebrauchen, Alter Scheiße. Ja, das war so klar, aber nein. Das ist voll kacke, Mann. Gut, das reicht. Ja, das kann nicht wahr sein. Ich hab hier genug von deinem Scheiß. Ich hab söylsschalm. Gibt es schön Schimmenschicken? Wo? Ich hab so oft gefehlt den Schiss, Alter. Ich hab mich so oft erschrocken. So langsam ist es gut, ne? Nein, ist. Wo ist es denn nicht? Oh mein Gott, ich habe direkt. Oh mein Gott. Bring uns wieder. Schau mal, das hat mir nur den Kopf gehabt. Nein, Aua. Hey, hey, hey. Ach, scheiße. Ich hab gedacht, du kriegst aus dem Fenster. Dann wäre ich doch wieder gelaufen. Höh! Puffmesser! Puffmesser! Oh, Alter! Junge, wie wendig. Einfach der wendige Dach, Junge. Aua! Jetzt nirgst du dich Leute! Geht weiter! Genau da! Pfff! Nein, nur gleich. Ich trot schon mit denen. Cool, ja. Nein, ich bin durch dich durchgeschlittert und hab dir nur einen Hit gegeben. Nein, die meins gemacht. Ey, ey! Das ist schon wieder so spaßig, ne? Mann, das schluss ich mir nicht. Ich hab durch die Falsche drin, muss man aber weg sein. Was? Ey! Hey! Okay, jetzt hab ich meine vernünftige SPA. Kann man schon wieder so rumswecken? Mein Controller ist nass. Nein! Ey! Ich bin die ganze Zeit mit Totenstille und werde die Häkel auch nicht wirklich finishen. Du warst trotzdem schneller als Totenstille irgendwie. Mann, ich lag so kurz vor dem Falsche, ne? Äh, okay, ich war dahinter schon, aber... Was ist denn der die Ohr? Ich bin da dran der. Ich bin jetzt oder schon. Ich bin sicher. Ich bin dröd. Ich bin einfach nur Golpech. Ich bin da dran. Nein, du kamst doch da hinten gar... Nein! Nein! Nein, nein, nein! Digga, was ist dein scheiß Problem, Alter? 2020 Digga, nein! Okay, GG! Ach, Mann! Aber das ist furchtig! So, Jungs und Mädels, das war's auch mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen, da ist Feedback da. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Okay, das war auch die Verabschiedung von HyperSusion. Hat's dir Spaß gemacht? Halt der Maul, halt einfach deinen Maul! Und in diesem Sinne, schönes Wochenende!